Hallo Leute, wir haben heute Samstag. Samstag früh ist es jetzt halb neun. Ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden, denn heute ist von unserer Uni so ein Interact Day, wo wir ganz verschiedene Leute von unserer Uni kennenlernen können und auch vor allem andere Austauschstudenten kennenlernen können. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Wir treffen uns jetzt um neun gleich. Und ja, ich finde es ganz cool, dann lernt man mal ein paar neue Leute kennen und ja, ich frühstücke gerade noch ein bisschen Obst. Das hatte ich noch im Kühlschrank. Und dann muss ich auch gleich los und treffe mich unten vor der Tür mit den anderen. Ja, los geht's! Musik Musik Wir sind jetzt hier und mal sehen, was jetzt passiert. Wir mussten jetzt uns in ne Liste eintragen, haben so ne Schilder bekommen und mal sehen, was die jetzt mit uns vorhaben hier. Auf jeden Fall ist hier voll die coole Aussicht. Musik 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 Ich bin wieder in meinem Zimmer. Es war ein mega langer Tag. Wir haben ganz viele Leute kennengelernt. Es war richtig cool. Wir waren den ganzen Tag beschäftigt. Wir wurden in so Gruppen aufgeteilt und sind dann den ganzen Tag über den Campus gelaufen und haben immer so Spiele gespielt, die auch ziemlich anstrengend waren bei der Hitze. Und ich bin jetzt völlig fertig. Aber am Ende gab es noch ein riesengroßes Abendessenbuffet. Und ja, wir haben uns alle gegenseitig gut kennenlernen können, haben uns viel ausgetauscht und gequatscht, haben ganz viele Thais kennengelernt. Und ja, wir haben auch viele Thailändische Studenten, aber auch ganz viele aus anderen Ländern. Es sind lustigerweise extrem viele deutsche Austauschstudenten auch hier. Viele auch aus Frankreich und aus Japan sind auch ganz viele. Und ja, wir haben jetzt ganz viel Essen noch mitgenommen und das Geschenk bekommen. Diese ganze Tüte voll, haben wir alles mitgenommen. Und dann haben wir noch so T-Shirts bekommen und morgen geht es halt eigentlich noch weiter. Und ja, wir gehen wahrscheinlich morgen erst später hin, so gegen Abend. Dann gehen sie nämlich in China Town und treffen sich alle und gehen da zusammen lang. Und da wollen wir eigentlich auf jeden Fall mit dabei sein. Und ja, ich gehe jetzt fix in die Dusche und dann wahrscheinlich ab ins Bett. Ich bin nämlich mega müde. Ja, und das war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag und anstrengender Tag. Und ja, guten Morgen! Ich habe gerade richtig schön ausgeschlafen. Ich war eben noch frühstücken mit meiner Freundin unten. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was für die Uni machen oder ein bisschen arbeiten. Und ja, später treffe ich mich dann mit ihr. Und wir treffen uns mit den anderen von gestern und gehen nach China Town. Und mal sehen wahrscheinlich, was wir da machen. Laufen da ein bisschen rum, essen ein bisschen, gucken uns das alles an. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das Wetter ist heute übrigens nicht so toll. Es hat schon heute Morgen geregnet. Normalerweise regnet es immer erst abends. Und ja, deswegen hoffe ich, dass es trocken bleibt. Sonst wird das nichts heute mehr. Aber ja, dann bis gleich! Ich habe mich jetzt fertig gemacht und treffe mich jetzt unten mit meinen Freunden. Und wir fahren jetzt nach China Town. Heute wird mal Tuk Tuk gefahren! Und wir fahren jetzt mal Tuk 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 Tuk. Und wir fahren jetzt mal Tuk 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 Tuk. successes! Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier an den Stand, so ausgemachtes Eis geholt. Lecker, schmeckt nicht. Ich habe einmal Sticky Rice und jetzt haben wir den Geschmack. Wir müssen auch gerade probieren. Das war richtig krass. Und wir haben uns jetzt den Welten-Tettenfisch geholt. So, wir sind jetzt die ganze Zeit hier rumgelaufen und haben uns jetzt nochmal hier einen Snack bestellt. Und essen jetzt gleich und dann fahren wir gleich wieder in Richtung nach Hause. Und jetzt ist der Mega-Wagen hier. Guten Morgen! Ich habe mich gerade fertig gemacht für die Uni. Ich gucke mir jetzt nämlich den Japanisch-Sprachkurs an. Und wir haben jetzt Viertel vor neun und um 9.30 Uhr geht der Kurs los. Und ich gehe jetzt runter und hole mir noch kurz im 7-Eleven ein Onigiri zum Frühstücken. Und ja, zum Glück geht der Kurs nur anderthalb Stunden, weil normalerweise gehen die Kursi immer drei Stunden. Aber das liegt daran, weil der Zweigeteilte sind und am Mittwoch nochmal der andere Teil ist. So, und ich gehe jetzt runter. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Und ja! So, ich bin jetzt wieder zurück in meinem Zimmer. Habe Unischluss für heute. Wir waren noch bei uns in der Mensa essen. Das ist übrigens dort extrem gut. Es gibt alles, was man sich vorstellen kann an Gerichten. Und es ist richtig, richtig günstig. Also ich habe heute eine Nudelsuppe gegessen. Die hat umgerechnet 50 Cent gekostet. Also echt richtig gut. Und das Essen ist wirklich richtig lecker. Und ja, ich habe auf jeden Fall jetzt eine Menge zu tun. Also ich denke, ich fange jetzt an mit dem Japanisch-Kurs. Und dann mache ich noch Thai-History. Und dann mache ich noch einen Film- und Theaterkurs. Und somit habe ich dann auch zweimal die Woche eine Uni. Und ja, ich denke mal, es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Punkte man noch braucht für sein Studium. Und wie viel verlangt wird. Aber bei uns ist das jetzt eigentlich relativ frei. Ja, ich musste mir jetzt halt hier für Japanisch so ein Schreibheft ausdrucken lassen. Das hier. Wo ich halt einfach versuche, die ganzen Zeichen zu lernen. Ich muss sagen, der Kurs war jetzt nicht ganz so einfach zu verstehen. Es ist zwar der Anfängerkurs, aber es sind viele Leute im Kurs, die japanisch einfach mal schon können. Und irgendwie wird es dann mehr an die angepasst. Und es ist dann schwer ein bisschen zu folgen. Deswegen müssen wir versuchen, irgendwie selber zu Hause das noch zu machen. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal eine Zuhauseaufgabe. Und nächste Woche schreiben wir tatsächlich schon einen Test dazu. Naja, und dann musste ich noch hier so was Fettes abholen. Das ist für Thai History. Ist halt viel zu lesen. Aber es geht auch, weil es gibt hier halt Midterm und Final Exam. Und halt zweimal Prüfungen pro Semester. Und in den meisten Kursen muss man halt so noch viele Hausaufgaben machen und hat diese Prüfungen. Und in Thai History muss man halt einfach die Sachen immer lesen, damit man halt so mitkommt. Aber da sind halt keine weiteren Anforderungen, außer halt wirklich die beiden Prüfungen. Was halt bedeutet, dass das auch wirklich dann die Note ausmacht, im Gegensatz zu den anderen Kursen, wo das alles ein bisschen aufgeteilt ist. Ja, das ist es jetzt erstmal wahrscheinlich für heute. Wahrscheinlich.